Und ein herzliches Willkommen zurück vor meiner vor einer Pause bei Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch mit Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch Und wir warten mal auf den nächsten Gegners findet sich nicht direkt jemanden bis gleich So, der nächste Gegner ist da Ein Suikun Phoenix Prime, Gruppe D4 aus England Okay, Suikun So, nach Suikun kommt erstmal eine Pause Ich hab Hunger Ja, ich will gleich weiter Hm, hm Da greift er tatsächlich an Unfassbar Nein Was mach ich denn? Okay Uh, war knapp Ha 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 Wait das durchspricht man doch ok ja 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 scheiße tatsächlich hat das das gewentelt 1 1 er hat noch eine chance Oh cool Bei mir war es mir langweilig, mir nur die selber attackenfreude zu machen, deswegen habe ich jetzt am unterbrochen, aber gut, okay, hätte ich bloß nicht Aber gut, habe trotzdem gewonnen, sehr schön Okay, ich nehme mir jetzt mein Brötchen, essen ein Brötchen, dann sehen wir uns wieder Okay, für euch vielleicht in zwei Stunden oder am nächsten Tag, je nachdem Oder wenn es am Freitag ist, 16 Uhr, dann erst wieder Montag Viel Spaß und auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen, das war ich wieder von Nö, Let's Play es als Hobby Hier bei Pokémon Techniques auf der Nintendo Switch, bis dann, tschüss